Herzlich willkommen in der Straßen-Kicker-Base bei Lukas Podolski. Unsere Doppel-Challenge haben wir gewonnen gegen die Oberligaspieler David und Yannis. Gonzo, unser nächster Gegner. Ja, die kommen heute aus der Regionalliga West. Es sind zwei Jungs aus der RWO. Ich bin gespannt, was sie uns heute fordern und lasse uns direkt dahin. Servus. Manni. Servus. Mo. Danke. Ich bin der Mann Frejas Ruskis, bin 27 Jahre alt und spiele in der Regionalliga West beim RWO. Ich bin der Moritz Montag, bin 25 Jahre alt, spiele auch bei Rot-Weiß Oberhausen, Rechtsverteidiger. Heute zeigen mir, Sinke, dass die Oberliga nicht mehr ansatzweise der Regionalliga ist. Zwei Holzfüße geholt. Sag mal, ich weiß gar nicht, mit welchem Fuß du schießen kannst. Ich weiß nur, du schießt hart. Du weißt selber ganz genau, dass heute dein Todesstoß war, mich zu holen. Okay, ich bin gespannt. Quatze ist rasiert, schmilzt. Ich freue mich. Frisch gemacht worden. So, unsere erste Challenge gegen die Regionalliga-Mannschaft, RWO. Gonzo, Ballwippe haben wir gewonnen, bis 100. Nur Fuß zählt, Jungs. Wir zeigen es einmal kurz vor. Beliebiger Fuß ist egal. Links wie rechts bei uns. Bei uns sieht es geschmeidig aus. Bei 100, ihr zählt. Beginn geht so, bei Gonzo fängt es an eins. Wer fängt an? Schnick, schnack, schnuck. Der Gewinner darf entscheiden, wer anfängt. Schnick, schnack, schnuck. Wir oder ihr? Ihr. Wir fangen an, dann habt ihr aber zwei Chancen. Und dann sind wir den letzten. Gonzo, bereit? Schauen wir uns die Amateure mal an. Wer zählt von euch? Wer kann bis 100 zählen? Ich bin ganz grausam. Okay, wir starten. Manni zählt. Gonzo. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Oh mein Gott. Herzlich willkommen bei den Straßenkickers. Das war Bundesliga von 1994. Der Achillessehne hat kurz zugemacht. Jungs, aber zählt, wenn ihr jetzt 100 macht, fertig. Dann ist fertig. Gonzo, sorry. War mein Fehler. Ich hoffe, die machen einen Fehler. Die besten Spieler werden unter Druck geschmiedet. Das weißt du selbst. Boah. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Was ist das denn? Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Oh mein Gott. Sechzehn. Siebzehn. Oh. Gonzo, wenn wir das nicht gewinnen, was macht ihr denn? Kurze Info. Die haben die ganze Zeit aufs Tor gebolzt hier, wo sie reingekommen sind, nur geknallt. Also die können nur schießen. Wenn wir das nicht gewinnen. Weißt du, was das Ding ist? Was war? Wie viel? 17 hast du gesagt. Ist egal. Es zählt jetzt die zweite Runde. 100 ist Ende. Keiner hat 100 geschafft. Meine Challenge, meine Regel. Also 17? 17. Das müssen wir erst mal knacken. Aber musst du erst mal machen. Ich habe deine Technik gerade gesehen. War nichts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einsundzig, zweiundzwanzig, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 47 ist zu knacken. Wir müssen uns das nächste Mal warm machen, ehrlich. Wir kommen, ich habe vier Bier davor getrunken. Hatten wir auch in der Kabine schon heute. Okay. So, Jungs. Eins, zwei, oh, drei, oh, vier, oh, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Braucht ihr mehr Platz? Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, eins, zwei, zweiundzwanzig, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Die sind drin. 41, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Ey, das sah aus, ne? Ey, Schnuppern. Schnuppern, Schnuppern dran. Riecht gut, ne? Gratulation, ne? Also muss man sagen, Konzo, Entschuldigung. Gestern die Party hängt mir auch noch nach. Ich habe mich auch richtig viel an. Typisch Lukas Inkewitz, immer wenn er am Verlieren ist, immer direkt Ausreden suchen. Okay, 1-0. Für RwO Regionalliga West, 1-0. Alle waren schlecht. Alle, muss man sagen, das war kein Regionalliga-Niveau. Konzo und ich, muss man entschuldigen, wir haben noch gestern ein bisschen Fußball gespielt. Vier gegen vier, drei Stunden. Deswegen ist es okay für uns. Wir hatten auch heute drei Stunden Krafttraining. Flugball, ich nehme den Ball direkt aus der Luft. Nur mit dem Fuß. Und Konzo muss aus der Luft verwandeln. Und mach ihn. Ja! Okay, RwO fängt an. Drei. Mo, Flugbälle. Danach, Konzo oder ich. Drei. Wir machen sechs am Stück. Und dann Manni, drei Flugbälle. Challenge ist bekannt. Schaut euch, wie Regionalliga West, RwO das macht. Schaut euch das mal an. Die Bälle sind ingelegt. Konzentrier dich doch mal auf einen. Du schaffst doch nicht mal zu einen. Was ist das denn? Digga. Oh! Oh, Mo. Sehr gut genommen. Ich schaue den Kopf doch gegen die Latte hier. Sehr gut genommen. Zweiter Ball. Kannst selber entscheiden in der Zone. Bist du frei. Oh, guter Ball. Nein. Muss aus der Luft. Ja! Ja, das ist meiner. Das können die nicht. Dritter Versuch. Hier ist Körperteil, Mo. Egal mit was du es machst. Außer Hände natürlich. Aber da muss Fuß sein. Fuß. Körper. Oh! Ein Punkt für euch. Weißt du, das Gute bei uns ist einfach, Sink ist im Gegnerteam. Das ist das Gute. Ja! Konzo sanft. Sanft! Das ist Fußball. Zweiter Versuch. Oh, mach mit links. Konzo! Oh, du hast den Rechten. Hey! Der war nicht gut aufgelegt, Konzo, aber reicht. Du hast ja bei Bielefeld gespielt, habe ich gesehen. Hat-Trick! Ja! Oh, Konzo! Nein, der war scheiße. Oh! Drei gemacht, Junge. Du bist, ne? Wir, wir, ich bin. Wie soll ich den machen? Seilfallzieher, Vorrückzieher? Wartet! Egal wie. Flugbälle waren meins. Versuch den Ball zu treffen. Das ist schon eine gute Ansage. Sanft! Oh, ist der sanft! Und? Ja, der war stark. Ja, vier, vier. Wir machen noch einen. Zur Sicherheit. Mach mal den, haben wir schon gewonnen. Kopfball. Oh, Schulter. Jetzt wird er übermutigt. Oh, der ist sanft! Ja! Das war definitiv so schön. Also, ganz ehrlich, das ist ein... ...ein sehr erfolgte Begitter zu spielen. Fünf Treffer aus fünf Versuchen. Aber, Jungs, jetzt sind wir auch warm. Nee, also nicht bei Sinke. Bei Gonzo vielleicht ja, aber nicht bei Sinke. Der hat ja wenigstens Technik, aber der... Ich zieh den hoch, also ich zieh den hoch. Nächste Challenge. Einmalige Kläräuse, Jungs, RwO. Let's richtige Klatsche gerade eben bekommen. Mit dem Kopf hin und her, dann aber eine kleine Veränderung im Spiel. Latte und derjenige, der nicht köpft, muss zweimal mit dem Fuß berühren. Also Latte, zweimal Fuß. Schnick, schnack, schnuck. Gonzo, wir fangen an. Okay. Sinke braucht den Nahrung. Frisch aus der Türkei. Sinke in 20 Jahren, genau wie meine Frisur. Einfach Glatze. Ja, Junge! Hey, das ist Technik! Zeig mal diese Füße da, ja! Köpfchen und Technik. 1 zu 0, Team Allstars. Oh, mit der Platte, schön rasiert. Aber ruhig, lach ein bisschen, Manni. Hey! Hey, hey, hey! Nein! Man muss ehrlich sagen, das sieht aus bei denen. Ohne Technik, aber die haben Erfolg. Ihr seid zweite Runde, ihr startet die zweite Runde. So hoch, wie es muss. Sechs Versuche. Oh, wird! Ja, ja, Manni! Raus da, raus! Oh mein Gott! Nein! Nein, von oben! Oh mein Gott! 2-1 für uns, dritte Runde starten wir. Gonzo on fire. Guck mal, wir sind Pfosten an Pfosten, ne? Nicht so wie ihr. Bei euch der Ball. Nein, ich war zu viel erzählt, ey! Konzentrier dich! Ich sehe nur, dass du ein Pfosten bist. Dritter Versuch von euch. Übrigens, Jungs, keinem ist der Ball noch hingefallen. Irgendwann muss es das erste Mal sein. Irgendwann kommt die Liga, wo der nicht mehr hinfallen sollte. Ja, bei... Na, auf, ey! Der Mover an der Eckwanne! Der ist doch Flankengeber. Okay, aber bitte hier starten. Ihr nehmt immer schon einen Meter. Eins. Zwei, zwei, drei. Also ich hab von David gelernt, Cornflakes im Auge bei Manni. Oh! Nein, nur Fuß, nur Fuß! Nur Fuß! Nur Fuß war erklärt! Nur Fuß, danke Manni! Nur Fuß! Ich weiß, es ist technisch einfacher, aber nur Fuß. Nein, ihr seid vierte Runde, ihr beginnt die vierte Runde. Es steht 2 zu 1 für uns, Allstars. Vierte Runde startet. Guter Wurf, Manni! Mo, Eckwanne, Eckwanne! Warte noch mal! Nein! Nein! Ja, Gonzo! Zwei, eins. Wollen wir den machen? Vierte Runde. Nein, nein, sechs Versuche. Vierte Runde, wir beenden die vierte Runde, ja. Wenn du dich gut fühlst, kannst du auch mal köpfen, damit ich glänze. Gonzo, Gonzo! Vier Versuche, drei Treffer, ihr habt vier Versuche, ein Treffer. Ihr müsst beide, vier Versuche, ihr müsst beide machen, also ihr könnt direkt zwei am Stück machen. Dann ist es unentschieden, dann brauchen wir gar nicht anzutreten. Fünfter Versuch von euch, macht direkt fünften, sechsten. Nur Fuß, ne? Ja! Wer kann nur Knie! Wer kann nur Knie! Da ist der Weg! Ey, Mo, Alter! Ja! Bist du noch bereit? Da geht doch nicht hin! Wo soll er sonst hin? Aber da geht doch ein Zeug jetzt zurück! Gonzo, sag mal ein Otto schnell zu den Jungs! Also den Zweikauf habe ich noch nie gesehen gegen den Pfosten vom Mo, also der war schon sehr von Brudel. Jungs, kurzer Ton von euch. RwO, ihr vertritt Regionalliga West, ganze Regionalliga Deutschland eigentlich. Der Druck ist enorm, Manni. Das ist nicht nur Wiedenbrück und RwO oder Fortuna Düsseldorf. Wir haben Vorbereitungen. Na ja! Jetzt wollte ich rausreden! Drei Monate! Vierte Challenge, Matchball-Challenge für uns Gonzo. Es steht 2 zu 1, Fußball-Tennis. Jungs, Regeln sind bekannt. Jeder einen Kontakt. Nach dem Aufschlag ist Pflicht, dass jeder einen hat. Sonst kann man direkt drüber. Titscht der Ball einmal auf. Darf er kein zweites Mal auftitschen. Und nehme ich den Ball aus der Luft, darf er nicht mehr titschen. Aufschlag, Dropkick hinter der Linke. Um Aufschlag. Bis 7 geht's! Aufschlag für Gewinnerball immer, ne? Let's go! Aus! 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 Ja klar! Ich sehe das, weil ich mich netzt! Ja! Seid ihr nur Kissen trainieren oder was? Ja! Fußball ist Gefühl! Gefühl! Guck mal, Manni! Auf den Linken! Kommt zu! Ah! Scheiße! Scheiß Ball von mir! Nimm mich! Sag, Junge! Oh, Alter! Ja! 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 2 zu 0! 2 zu 0! Mit Blitzkau! Mit Blitzkau! Bei 4 zu 0! 5 zu 0! Du redest zu viel! Lass mal spielen jetzt! Achtung, Netz! Nein, Grundzug! Du spielst für das richtige Team, Junge! 2 zu 1 für euch! Let's go! Guck dir die Pakete mal an, da ist zu viel Kraft drin! Junge, das ist das größte Fußball, das ich je gespielt habe! 3 zu 1! 3 zu 1! Ich muss dich ein bisschen kitzeln! 3 zu 1! Konzo, das ist ein Selbstläufer hier! Ja! Konzo, Hans Nitz! Oh! Ja! Liege berührt! Liege berührt! Hast du das gesagt? Ist wie im Fußball! Habt ihr gehört! 4 zu 1! Konzo! Ich wollte noch ein bisschen Fußball spielen, Junge! War der nicht getitscht? 4 zu 1! Wann ist der getitscht? Wo? Nein, da! Bei euch! Ja! Konzo, zack! Konzo, getitscht und dann was nicht! Ja, und ich hab ihn aus der Luft genommen! Wenn Konzo nicht mal getitscht, dann so! Der ist erst getitscht! Was soll ich sagen? 4 zu 1! Wir müssen gegen R.W.O. Das sind Betrüger, die beiden! Ja! Konzo noch! Ja! Ja! Long line! Mit links! Du unten! Ich hab... Okay! Ja, locker mich! Der ist gut! Nein, gut zu! Nein! Ja, Kmo! Da bist du doch! Nein! Da bist du doch! Nein! Ja! 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 Gut zu! Ja! Out! Out! 6 zu 1! 5 zu 1! 5 zu 1! 5 zu 1! Genau! Immer Krafttraining machen! Genau so! Genau so! Das braucht man zum Fußball! Genau das braucht man zum Fußball! 5 zu 1! Ich wollte schon direkt rüberspielen! Out! Ja! 6 zu 1! Manni, habt ihr schon mal Fußballtest gespielt? Nein! Merkt man! Das spielen wir gar nicht bei Oberhausen! Ja! Jaaa! Da geht ganz klar auf meine Kappe! Spiel! Danke für die Lehrstunde! Ganz klar gewonnen! Jetzt wisst ihr, im Alter ist noch immer die Technik vorhanden. Gonzo, sag mal kurz, tu was dazu, was wir mit der Regionalliga West bzw. RWO gemacht haben heute. Wir haben die kurz schnuppern lassen, wie wir schon am Anfang gesagt haben. Dann haben wir kurz zappzapp gemacht und dann nach Hause geschickt wieder. Jungs, euer kurzer Satz, RWO steigt auf hoffentlich. Ich muss dazu sagen, ich hatte ja Winnie Schaub schon da. Der hatte ein Glück ohne Ende. Aachen hat einen riesen Lauf. Schafft ihr noch den Aufstieg? Wir geben alles dafür. Okay. Aber so nicht? Nein, nein, so nicht. So sage ich es auch. Es wird nicht reichen. Das ist eine andere Qualität. Aber ihr sitzt ja beide auf der Bank, oder? Nein, nein, nein. Nur einer von uns. Okay, das ist ja okay. Jungs, danke! Boah, ich bin so kaputt hier hingekommen. Da habe ich auch gestern bis 5 Uhr gefeiert. Drei zu eins gewonnen. Ich dachte, du hast Fußball gespielt. Ja, auch das. Drei Stunden. Da gibt es ja Player-Party. Player-Party bis 5 Uhr morgens. Und jetzt, 8 Uhr morgens, stehen wir schon hier und haben wir kurz mal RWO abgezogen. Ja, was soll ich sagen? Ich sage mal ganz ehrlich, Sinkes Hüfte ist nicht mehr die Beste. Meiner Meinung nach hat Gonzo das Spiel entschieden. Deswegen, Sink, alleine bist du nix, aber mit Gonzo bist du ein super Team. Ja, okay, stimmt. Aber dann sucht einen anderen Spieler. Wir nehmen alle von euch. Wir steigen aber auf jeden Fall schon mal auf. Gonzo, dritte Liga. Falls jemand Lust hat, gegen uns zu spielen. Genau, schreibt uns. Ihr könnt nur schlecht aussehen. Ich schreibe morgen direkt wieder. Ich will mit dem Arsch. Okay, Jungs, danke euch.